Hiho! Hier ist Chef Nix und herzlich willkommen zu einem kleinen Spiel mit der netten Bezeichnung Overwatch für Arme, für Geldlose. Mit dabei ist der werte Herr Office. Ja, ich habe nicht gesagt, dass er Spiele spielen werde, wenn ich mir Overwatch kaufen, weil ich Geld habe. Irgendwie ist es zu ihm, aber es ist okay. Ich bin mit ihm, an verschiedenen Stellen. Und weil es anscheinend immer gut ankommt, mache ich ein paar Cases auf. Das sind 10 an der Zahl. Er will sich an mich orientieren bei Counter-Strike, aber er wird es niemand schaffen. Nein, okay. Ja, ähm, und was jetzt in der Cases drin an? Was ich tue, es gibt mehr zum freischalten, also zum... ...kaufen. Und dergleichen mit entweder Credits, was man im Spiel tut, oder... ...Echtgird. Komische Spiele, wo es mit Echtgird geben. Und es gibt entsprechende Loadout-Karten. Mit... ...Kombat-Sapper, with a smile. Ähm... Es gibt Lead, Iron, dann noch Browser. Silber, Gold und Kobalt. Die haben immer verschiedene Wappen und verschiedene Fähigkeiten. Sie hat ihn recht gut am Rand. Ja, natürlich für ihn hält einzelne, allerdings kann man eintauschen und... ...traten, aber eintauschen ist glaube ich immer das beste. Eintraining ist besser, für mich. Ja. Dann formen wir, ja. Wir haben vier Equipment Chases und... ...6 Bisse. Okay, nice. Vielleicht ein Ding und mehr Gameplay. Ähm... End Chaser. Ja, ich hab'n Bonus von 30.000 bekommen. Easy. Oh yes. Jetzt hab' ich 31.632 Credits. Ich hab' zwei Items. Ich hab'ne Operative Case und ich hab'ne Tested Operative Case. Und was hab' ich hier? Ich hab'ne Skullsplitter Trinket. Ah, was sich bringt, aber... Lass' mal öffnen, ne? Soll' ich die Cases zeröffnen? WTF? Okay, einfach öffnen. Noch ja, kurz. Soll' ich... Soll' ich... Soll' ich... Ja, so knapp. Oh yeah. Ich mach' die Augen zu, weil ich hab' keine Ahnung, einfach... Einfach mal auf den Sound-Ton wie bei C-S-G-Aum. Oh, ich hab' irgendein'n Kobalt-Ding bekommen. Wirklich Kobalt? Wirklich Kobalt? Mhm. Einfach mal auf den Sound-Ton wie bei C-S-G-Aum. Hey, Blau? Ja. Hi! Skyhammer! Ähm... Skyhammer? Nice. Kobalt ist das Beste. M51-Service-Rifle-Man. Was... Ist das das Beste? Kobalt ist das Beste, ja. M51-Service-Rifle-Man. Klar. Kobalt ist das Beste von Qualität, ja. Ja, ich weiß. Yay. Loadout-Card! Äh, ja, ja. Silver. Ist aber gut. Yeah, ich hab' 100% Gold-Card. Ja, hier, die Tested Operative Case. Ah, okay, ich muss Level 4 reach. Wie heißt das denn? Ist das hier? Soll ich die Sky-Spitter den Trinket equippen? Ausdruck. Okay. Strip. Close. Okay, nice. Ähm, ich hab' 30.000... Store. Wolltest du mir das übergeben? Merks. Kann man Merks kaufen? Yay. Wir verkosten Cases, bitte, halt. Tausend noch Case, sondern weiß, was du kaufen kannst. Ich könnte mir 30 Dinger holen. 30 Cases holen. Hm. Aber mach ich jetzt natürlich nicht. Ich kauf mir, glaub ich, ein Merc. Bam. Gold Phantom. Mit Katana. Proxy... Phantom. Das sieht super cool aus. Das sieht cool aus. Ist du das nicht wahr? Hm. Hm. Das sieht cool aus. Hm. Hm. Der hat ja Flammenkanatte. Hat der einen Flammenwerfer auch? Oder was hat der? Nein, kein Flammenwerfer. Hm. Thunder einfach mal. Schade, ich hab' diesen einen... Ding da nicht. Halb auf 4. Okay. Call me Sparks. Warum? I heal, I kill. It's an ironic paradox. Yada yada. I disappear. I kill people. I'm like... A shark. On land. With a gun. All those guns. Yeah! Shark Kudos. Ja. Ja. Ähm. Das war schon ein Schuss ziemlich. Wow, it was great. Bleib noch... Ja egal. Ich warte noch mal bis du das Video beendest. Ja, dann nur einen schönen Abend und... Cheerio. Gute Nacht.